So, dann versuche ich mal den ersten 360-Grad-Rundgang durch unser Halloween-Experiment. Also da drüben. Ich drehe es einfach mal. Dann haben wir halt unseren Sarg. Ja, mit dem Spinnensetz bin ich noch nicht so ganz zufrieden, aber fürs erste Mal war es schon ganz okay. Dann hier Zombie-Zone. Ein bisschen Spinnennetz in unserem Carport verbaut. Kann man ja rechts-links jetzt drehen. Das war nicht Juni. Juni ist im Urlaub. Das haben wir auch gleich gesehen. Jetzt versuchen wir das Ganze noch mal tiefliegend. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. das ist die halloween deko soweit und ja ich hoffe die sache wird ja im 360 grad jetzt auch ganz gut funktioniert könnt ja quasi die ganze zeit irgendwo hin gucken wir sehen uns vermutlich wieder bei 360 grad